er hat schon jetzt willkommen zurück zu let's Play Portal 2 Coop extra Kunsttherapie so ab in die Kammern Prozent er hat ich gebe dir mal einen kleinen Hinweis Schere Prozent er ist ja immer guter Start das wird auch mal sein aber ein guter Start wohin du Unmensch in der Ose der Zukunft VB mit mir sind hunderttausend Jahre vergangen nein das sind drei zwei Minuten vergangen es geht ihr gut wir haben alle Rätsel gelöst ohne euch das fängt nicht klar das haben jetzt nur noch eine rein künstlerische Bedeutung die Menschen wollten unbedingt dass ich euch meine neuesten Werke zeige hier in der Zukunft wo alle Menschen noch leben das erste Werk nenne ich Türme es zeigt dass wir willenlose Maschinen sind die nach einfachen Regeln handeln und Schmerzen zufügen auch wenn sie zu streben lasst euch um zum Subtext verwirren die wahren Botschaft lautet sie schließen auf euch ok um ich finde gerade das hier sehr schön nicht trinken und um am Abend und trinken 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 ich trinke das man schockiert mhm oder kann auch mal schicken auch ich habe auf mein Mikro gespeitzt Pfff das wollen die das wollen die doch hören oder das wollen die hören ich muss mich nicht mehr eben Ben setz dich drauf m Edelgast oder was auch immer der sagt Prozent einmal strecki strecki und danach ganz weitergehen Prozent es ist ein Mikro jetzt so gut wie man die Krise gut geben mögliche geputzt Prozent Prozent und scheiße wir sind wieder getrennt nach Ort du hast die hallo noch jemand da Suche Schläfchen 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 Prozent Perfekt Da fucks was zur heiligen Hölle ist da Boah ich habe eine Lasershow guck mal Hallo Flöp Ich bin ich bin going vor ich bin wir diese sehen ich bin Wenn du ist, kannst du nicht durch ähm, durch Glasflasershow, pspspsps, lasershow, pspsps, jo, pspsps, ah, bestimmt. Ja, geht. Mach mal. Lasershow. Nein. Ich hasse dich nicht. Ich habe es nicht. Wenn es weiter noch. Na, Asta, la vista, uhre. Oh, gut. Oh, gut. Jo, jo, MP, äh, fuck. Was war denn? Ja. Ja. Na, 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 na. Ja. Äh, kannst du irgendwie den Chyp hier annehmen? Oh ja, kannst du. So, nimm mal den Chyp an. Aber wie, wo, wo? Da. Oh, ja, ja, klar. Warte. Drück noch auf die Platine. Ja. Ja. Ja, egal. Ja, nee, der fängt ja genau. Perfekt, jetzt kommt er hinlegen. Ah, äh, oh, Mann. Was zur Hölle? Ich hab dann auch egal. Ja, nee, der fängt ja genau. Perfekt, jetzt kommt er hinlegen. Das ist doch, ähm, boah, das hier ist, äh, mit dem DLC-Reingekommen, mit dem kostenlosen DLC-Reingekommen, diese Level, diese Testkammern, hier. Geil, I like. So, was bringt uns seit jetzt? Keine Ahnung. Boah, ich muss, ich muss irgendwie, guck mal bitte auf die Turrets, wie stehen die da, irgendwie ungünstig. Ja, ich kann gar nichts machen da. Warte mal, du musst den, irgendwie musst du den Laser hier, ah, ja, genau. Äh, mach mal hier und hier ein Portal hin, dann lasere ich die weg für dich. Super. Au. Ja, tot. Okay. Au, 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 au. Au, au, warte. Wie zur Hölle? Ben, ich hab' noch einen Laser in der Hand. Seriously? Ja, guck, mach mal, guck mal meine Ansicht. Bei mir nicht, bei mir ist alles normal. Ich hab' den Laser bei mir noch in der Hand. Pfff. Loll. Heller Bug. Okay. Ey, der, der ist da immer noch drin, der geht einfach nicht weg. Keine Ahnung. Oh. Laser Maglados, Laser Maglados ins Auge. Geht nicht. Wow. Hm, egal. Komm mit. Ja, ich bin durch. Hm. Äh, da hin. Yep, perfekt. Pff. Hm. Äh, da hin. Hm. Ich renne mal ein bisschen im Kreis, ne? Boah. 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 Da erinnert mich Ihnen sehr an die erste Testkammer. An die Kalibriere, Kalibrierungsstrecke, die wir einfach übersprungen haben. Boah. Oh, fuck. Boah. 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 Ich hab keine Ahnung. Äh, ich hab auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich rauskommen sollte. Ich geh erstmal... Hey, wo ist jetzt der Ball hin? Du wirissni auch nicht. Oh, oh, oh! O, oh! Das ist bei mir. Ah, so. Ach, okay, normal. Mach mal drücklos. Max, mach mal drücklos. Ah, perfekt. Bei mir ist wieder nix. Oh, oh! Oh, also auf. Ja, ne noch mal hat, mach nochmal nochmal. Stell ich am besten perfekt hin. Ja. Ganz wirklich perfekt cũ prestig. Streck кожi liegt da! Was? Mach mal Part-Ansicht. Was? Ja, ja, ich seh das schon. Aber da ist er durch und hier ist er nicht durch. Portal, warum machst du keine Logik? Was? What the fuck? Setz mal das hellblaue Portal weg. Ja, da ist er. Ja, okay, kann ja mal vorkommen. Nein… Wow, ich guck… Schwo. Ja, da muss ich nun setzen. Ach du, muss ich mir nochmal, glaub ich, zurückschicken nur… Ja, nur mich. Ich muss nämlich hier und hier… Oh, 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 okay, 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 nochmal. Ich, 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 ich… Ah, ich versteh schon, ja, okay. Tschüss, bald. Achtung, setz dich schon richtig hin. Ja, hab ich. Und los. Oh, Mist, verdammt, nein! Das ist ja kurz. Ja, das ist richtig. Jetzt musst du nur gucken, dass du den Kriegst. Äh, ich komm da nicht rüber. Natürlich kommst du da hin. Ah, so auch noch. Okay, okay, ein paar. Einmal an den Jörgen. Ja, ich weiß. Ja, okay, Achtung, los. Und jetzt bin ich da. Ich dachte, ich wollte Donson. Und Donson. Ja. Achtung, da ist er. Da kommt ein Ball. Oh, mein Gott. Ich hab dein Ball. Oh, hallo, Fabi. Ich hab dein Ball. das ist anders zu stellen Aure ich hab den Nase vorher also Plätze getauscht Prozent war ich das Verloten und bestimmt haben sie mehr und nicht mehr beschwert das ist die Rorte voll diskriminiert werden auf eine Seite dürfen also Griepizzo So. Oh fuck. Oh shit. Was habe ich jetzt gestartet? Oh fuck. Ich habe Schmerzen. So. Au, mein Bein hat geknackt. Okay. Das ist der Stampfer. Oh, danke. Ich schäme mich fast ein wenig, aber es kann euch immerhin zerstampfen. Oh, danke. Ben? Ben? Oh, das geht ja gar nicht. Ja. Oh, der Stampfer ist jetzt weg. Ben? Ja. Das ist ein Linsen-Cube. Ich will euch nur daran erinnern. Aber er kann auch kaputt gehen. Hm. Ah, verdammt. Ah, ich weiß. Hier. Mach da mal rein. Hier nochmal total. Oh, verdammt. Ein bisschen weiter nach oben, ne? Nee, sorry. Ja, wo? Läuft. Was passiert jetzt? Der muss aber stehen bleiben. Ach, der schaltet den Dingens aus. Okay. Jetzt setzt du mal hier und hier in Portal hin. Eduard. Eduard? Er sagt, wie er für Eduard. Und das sind die Dinge zerliegen. Kann ich nicht. Wenn ich ihn hinlege, passt auch nicht mehr. Oh, okay. Dann lass das trotzdem so. Ja, perfekt. Geil. Ich weiß immer noch nicht, was wir jetzt machen müssen. Mist. Kannst du einmal... Ey, setz mal mal ein Portal, wie der das dazu passt. Mit dem genau mit dem Laser. Ohr. Du musst das ein Stück weit nach oben machen. Oh, ein Stück. Perfekt. Was hältst du überhaupt an? Also, den Emma- Den Emma... Den Emma... Der Emma- force PHX Geld. Der Emma- Der Emma- Einstate Twist. Beim cry, deraba onげ. Und das mit dem Oder? Das mit der GOXicos. ob wohl ohr e durch die sich bringen wo ein Name gealter wie sie das denn auch was wenn wir es haben ist das Sölle um und das ist die Strahle bestreiten verkrözen totale Neutronen umkehren sie haben geblieben geblieben die Boste ist das die Neutronen umkehren mehr ab und Uri ja nein ich muss tanzen vor Neutronen umkehren Doktor Wunsch und Bonzen Ok ich hab keine Ahnung was wir machen sollen ich auch nicht was ist denn hier guck mal hier oder die Welt schießt immer irgendwie kaputt die Hände wir sind riesen Standort mein Penis es geht um Stumpf auch um ich keine Ahnung Jürgen ist das sehnten also die Brücke da hochkriegen aber ich weiß nicht nach hier da und dabei auch so einfach wenn wir uns zusammen mit keinem so ich stehe hier oben erst mal fest Ja, ich hab keine Ahnung, was ich jetzt machen soll.